Im Leben eines jeden Mannes kommt eine Zeit... Ach was soll's, steck sie ab! Du weißt, wie man sie benutzt? Sonst gehe ich mit dir ins Bad und zeige es dir. Was zum Teufel war nur los in den 70ern? Treffen sie drei orientierungslose Familien. Die Jones waren die wohlhabendsten Leute im Club. Es tut sich noch jemand weh und das bin sicherlich nicht. Das Haus der Halls war ein Katastrophenfilm in der Entstehung. Willkommen im Club, Männer. So läuft das. Meine Familie saß fest, genau in der Mitte der Sackgast. Dad! Oh, guten Tag, Mr. Marsh! Dank eines Geburtstagsgeschenks... Ja, auch heute Abend sind keine Kameras erlaubt. ...hielt ich alles in der Hoffnung fest... Oh, ich glaub, ich muss kosten. ...die eine Frage zu beantworten. Das nächste Spiel heißt Swinging Safari. Was ging nur durch unsere armen und törichten Köpfe? Wieso behandeln Sie sich so? Weiß nicht. Wir gehen zur Schule wie immer. Wer ist zuerst da? Shit, shit, shit. Das ist die Pille, mein Schatz. Weißt du, wir denken, die Zeit ist gekommen. Danke! Gut, was spielen wir jetzt? Poker. Die anderen haben schon. Sei still, Bauchschwein. Sei leise, Stich. Ich habe ein Kohl-Wasser-Stoff-Block. Mit ihren Möglichkeiten haben unsere Eltern wirklich ihr Bestes gegeben. Es sieht so aus, als hättest du endlich ein Drehfaktik. Ihr kommt aufs katholische Internat. Die Priester werden euch manieren, bein' Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen...